hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge stadio verlegen wir haben hier reichlich viel gefunden reichlich viel ja tolles deutsch das nehmen wir mal raus das ordentlich jetzt ganz einfach mal zum baumaterial nein nicht die schale jedes mal nimmt das ding da will ich hin so wir brauchen die hacke lustiger heute wollen wir nicht gießen das können wieder ein hier ja ich bin wieder am sortieren ich weiß es kommen wieder die fragen warum hast du das gemacht oder warum machst du das weil mir da noch ist so da haben wir alles weintraube brombeere was mir fehlt sind haselnüsse so aufgrund aber was haben wir denn hier schönes auberginen so Das war's für heute. 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 So, die Aubergine nehmen wir mal mit. Denn ich meine, da war irgendwas. Ich meine, mich daran zu erinnern. Amaranth ist ja noch ein bisschen hin, bis das... Das hat man, glaube ich, hier unten... Ja, komm, laufen wir da rüber, gucken, ob wir mit der Aubergine was anfangen können. Und wenn... Wenn ja oder wenn nicht, egal, gehen wir dann anschließend weiter zur Mine und gucken, ob wir da nicht nochmal wieder ein bisschen tiefer kommen. Frühling, Tier haben wir nix. Handwerker haben wir nix. Handwerker haben wir nix. Herbst haben wir die Aubergine. Guck mal, Lana, guck. Kürbis, 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 Mais und Süßkartoffel fehlt uns noch. Und ich meine, das hatten wir alles gekauft und angepflanzt. Herbst fehlt uns noch die Haselnuss und das ist Winter. Gut. Kürbis, 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 Kürbis. Ja, hier können wir im Augenblick nicht so wirklich was anfangen. Also gehen wir, wie gesagt, in die Mine rein. Lassen alles das, was wir hier jetzt nicht unbedingt brauchen. Ja, das sollten wir schon mitnehmen, weil das bringt uns ein bisschen was. Da machen wir nochmal Kupfer. Ja. Gut. Dann gehen wir mal tatsächlich um. Ja. 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 Gut. 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 So viel ist es nicht, aber ein bisschen was... Haben wir doch schon mal. Gut. 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 steineck und die gefrorene tränen immer mit die Das war's für heute. Gut. Gut. Das Harz brauchen wir nicht. Aber ein Aquamarin, den nehmen wir natürlich mit. Gut. 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 Hatten wir hier noch nirgends was gefunden. also jetzt ich meine leiter nach unten eigenartig es 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's. so und ab nach hause das wird doch schon wieder so eng 1 32 uhr ist schicht 1 40 ganz schnell runter und ins bett 50 euro schaffe ich wieder nicht wieder direkt vor aus türen ja sage ich doch naja immerhin haben wir ein bisschen was verdient gut schön dass ihr da wird ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seit lasst einen daumen da kommentar vergesst das abo nicht bis zum nächsten mal tschüss